Hallo liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Mit diesem Video geht das 194. Reisevideo online und es geht damit stark in die Richtung der Top 200 der Reisevideos. Vielen Dank an alle treuen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich über jeden Daumen und über jeden Kommentar. Doch nun zum eigentlichen Ausflug nach Niddigen. Das mittelalterliche Niddigen liegt auf einer Bergkuppe unmittelbar oberhalb des mittleren Ruhrtals am Rande des Nationalparks Eifel. Seit dem Mittelalter kann die Stadt auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken. Der Ort wurde erstmals im Jahr 1184 erwähnt. In der späteren Zeit entwickelte sich Niddigen zu einer türkisch-rheinischen Kleinstadt. 1430 wurde eine Schützenbruderschaft gegründet und schon im Jahr 1571 gab es eine Lateinschule. Als 1651 die Franziskaner nach Niddigen kamen, übernahmen diese den höheren Schulunterricht. Die romantische Niddigen Altstadt besteht auch heute noch aus sehenswerten Fachwerk- und Buntsandsteinhäusern. Abgerundet wird der Ausflug durch die gute Gastronomie vor Ort. Auch Hotels sind im Ort vorhanden. In der Zeit von 1177 bis 1191 wurde die Burg Niddigen errichtet. Weithin sichtbar ist die Burg auf dem gewaltigen Felsmassiv. Eine der wildromantischen Gassen führt vom Marktplatz direkt zur mächtigen Burganlage. Die Burgruine existiert noch heute und ist das ganze Jahr über zugänglich. Heute befindet sich auf der Burg das Museum und ein Restaurant. Auch Veranstaltungen finden hier statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Etwa 1313 entstand die Stadtbefestigung mit vier Toren, Nachdem bereits im 13. Jahrhundert die Verbindung zwischen Burg und Stadt ummauert worden war. Auch die historischen Stadttore aus Buntsandstein können heute noch bewundert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017